Hallo und willkommen bei einem neuen Let's Play Arno 2070 und zwar in der Erweiterung die Tiefsee. Ich habe das Match gerade gestartet, es ist wieder ein Endlosspiel und ich habe wieder S gedrückt, damit ich mich über die Karte bewegen kann. So, dann wollen wir erstmal gucken, wo wir eine Insel finden, auf der wir siedeln können. Wir sind wieder Ecos, ich habe Ecos, keine Ahnung, Latte, ich habe wieder NPCs mit eingestellt, das hier auch ein bisschen Action ist. Wir haben wieder die Piraten dabei, die sollen natürlich dann auch ein bisschen auf die Mütze kriegen. Diesmal sind wir ja ein bisschen besser gerüstet als in der letzten Folge, in der letzten Aufnahme, in der letzten Runde. Und ich schaue gerade mal, wo ich eine Insel finde, auf der ich gut siedeln kann, weil diese Insel da schon ziemlich gut aussah. Vielleicht sieht die hier noch viel besser aus, ich weiß es nicht. Gucken, was sich hier so gleich ergibt. Also ich finde es schon wichtig, die Startinsel gut auszusuchen, auch wenn die Arche da vorne steht. Aber guckt euch mal an, was das für eine Rieseninsel ist. Wobei die ist genauso groß wie die andere, ne? Oh, aber, ne, was haben wir das letzte Mal gelernt? Wenn hier solche Dinge rumliegen, das kann nicht gut sein. Ne, die Raketenteile haben die Insel ziemlich verschmutzt. Na gut, ich nehme doch die Insel, wo ich gerade eben auch schon, wo meine Arche auch schon steht und werde hier starten. Ich werde gucken, welche Küste ich nehme. Hier drüben ist ja wieder so ein praktisches Industriegebiet, mehr oder weniger. Guck mal, dann werde ich hier starten. Dann könnte ich mir hier so ein Gebiet abstecken, wo ich meine Siedlung drinne erschaffe, die erste. Und dann könnte man vielleicht diese Insel, wenn ich schnell genug bin, übernehmen für die Techs später, ne? Ach, ne, da liegen ja wieder die Raketenteile. Das wäre ja ein bisschen doof, wenn wir auf einer grundsätzlich verseuchten Insel die Techs ansiedeln wollen. Und die Techs werden auch in diesem Let's Play eine riesige Rolle spielen. Weil mit dieser Erweiterung, die TC, sind die ja extrem aufgeputscht worden, sag ich jetzt mal. Da sind einige Features dazugekommen, die ja richtig spannend und richtig cool sind. Und vor allen Dingen kann man jetzt auch, soweit ich das gesehen habe, die Stromversorgung über mehrere Inseln ausbauen. Sprich, dass ich vielleicht eine Insel habe, in der, was weiß ich, Strom erzeugt wird. Oder unter Wasser wird Strom erzeugt. Und das kann ich dann nutzen für meine anderen Inseln, wenn ich da halt keinen Platz mehr drauf habe. Oder ich sage, ich möchte da jetzt keinen Sonnenreaktor draufstehen haben oder sonst irgendwas. So, aber jetzt wollen wir erstmal den Kontor hier platzieren. Bam. So, und mal gucken, welches Gebiet ich denn jetzt überhaupt habe. Genau, ich würde nämlich gerne, nehme ich diesen Streifen hier, so wie er hier schon ist, dafür nutzen, dass das so mein Anfangsgebiet von der Siedlung ist. Jetzt brauche ich hier nochmal ein, zwei Warendepots mehr. Ob das jetzt so schon, äh, ist das so ein Waren-Depot, was ich hier habe? Ja, ne? Ja. Das sieht so komisch aus. Ob das jetzt schon so passt, von der, von der Geschichte her, ob, äh, na. Na, was wollte ich jetzt sagen? Ob das schon so passt, dass da auch die Häuser dran, äh, perfekt drangebaut werden können und so weiter und so fort. Das werden wir dann später alles sehen. Beziehungsweise, da bin ich dann auch gerne bereit, ähm, gegebenenfalls halt die Warendepots wieder abzureißen und zu sagen, okay, ähm, ich muss es halt, äh, anders, äh, hinstellen, anders formieren. So, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal ein bisschen, äh, ähm, achso, das geht erst, wenn ich ein paar von den Jungs auch für den Inseln habe. Dafür brauchen wir jetzt erstmal das Stadtzentrum. So, wie rum wollen wir denn bauen? Lirum, Larum, Löffelkrumm. Im Grunde wird das ja so aussehen, dass ich das irgendwie, also, ich könnte ja, ich weiß es irgendwie noch gar nicht. So, irgendwie ist das alles so ein bisschen blöd gerade. Ähm, ja, warte mal, da, 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 drei, eins, zwei, drei, noch ein. Ich mach's mal so. Ja, das ist doch gut. Dann werden wir hier eine Straße entlang ziehen. So, und hier auf der Seite eine Straße entlang ziehen. Dann war das, glaube ich, hier drinnen jetzt ideal, um eine Feuerwehr quasi später anzubauen, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Jetzt hier nochmal, mal schauen, wie wir das später alles machen. Ähm, ich weiß, in der letzten Folge, in der letzten Episode, die ja auch, glaube ich, erst gestern rauskam, aber, äh, von der Aufnahme her ist es schon, ähm, ja, seht ihr, da hab ich jetzt schon den ersten Fehler gemacht, dass das Depot da eigentlich viel zu dicht dran steht. Na gut, okay, müssen wir halt mal gucken. Ich hätte ja auch, ich hätte ja gar nicht das Waren-Depot gebraucht, ne? Weil durch das Dorfzentrum, durch das Dorfzentrum, äh, äh, erweitert sich ja die Karte auch. Ah, ich Ochse. Naja. Was wollte ich sagen? Genau. Äh, ihr habt vielleicht gestern erst die letzte Episode gesehen, wo ich ja die andere Karte aufgehört hab. Äh, und jetzt quasi mit Tiefsee anfange. Äh, aber in Wahrheit, äh, liegen da locker, äh, weiß gar nicht, eineinhalb Wochen dazwischen. Ähm, wo ich mir, ja, ne, eine Woche ist das, glaube ich. Genau. Äh, ja, und dementsprechend bin ich jetzt auch erstmal wieder am Gucken. Äh, das, was ich mir da letzte Woche angeguckt hab, ist zwar alles schön und gut gewesen, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich dann auch gleich noch, äh, diese Steinfabriken überhaupt bauen kann. Ja, wie gesagt, das, was ich mir da letzte Woche angeguckt hab, ist alles schön und gut. Äh, aber so richtig, äh, weiß ich auch nicht mehr genau, was ich da überhaupt gemacht hab. So, dann wollen wir hier gucken, äh, wie war das denn nochmal mit den Granulatdingern? Haben die drei oder vier? Wie haben wir mal aus? Ah, guck mal, passt. Machen wir da einen hin und da einen hin. Und dann können wir nämlich noch ein Granulatding daneben bauen. Hier. Welches sich denn... Äh, mal kurz... So, nee, so und so. Ja, das sieht gut aus. So und so, dann haben wir nämlich das, äh... Ich sag ja mal Granulat dazu. Ist auch ein Granulat, ne? Stellen die nicht ein Granulat her? Äh, Granulat, ja genau. Ähm, dann haben wir schon mal das Granulat. Das ist gut. Dann brauchen wir jetzt, äh, die Bauzellenfabrik. Die können wir mal so machen. Eins und auch zwei. Mehr ist immer besser. Ich weiß gar nicht, ob das genügend, äh... Energieversorgung mangelhaft. Mhm. Dann sollen wir zwei Fischer hier hin. Und, äh... Da ja da die Straße entlang geht... ...habe ich jetzt gerne da hingebaut. Aber das sieht auch gut aus. Wobei mir das hier besser gefällt. Machen wir es so. So. Jetzt haben wir nämlich Fisch. Jetzt haben wir die... Sagen wir für die Bauzellenversorgung. Genau. Das haben wir, das haben wir. So. Bauzellenfisch. Bauzellen und Fisch. Bauzellen und Fisch. Ihr wollt Getränke-Tee? Ist schon... Ist schon freigeschaltet? Ich weiß gar nicht. Ist das schon auf 100%? Nö. Dann machen wir erstmal noch Folgendes. Ich werde nochmal ein bisschen, äh... Ich werde auch hier mal das ausschalten... ...dass die nicht von alleine aufsteigen können. Ich glaube, diesen Spalt hier lasse ich mir frei erstmal. Da werde ich auch... ...mal die Bäumchen... Nein! Was habe ich getan? Oh nein! Scheiße. Wenn die jetzt alle ausziehen gleich, ne? Oh, schnell, schnell, schnell. Ich brauche schnell eine Bauzelle. Oh, wie noobhaft, ey. Warum habe ich denn das Ding jetzt abgerissen? Hallo, eine Bauzelle. Hallo, schnell. Oh, Alter. Ich brauche eine Bauzelle. Hier, mach. Mach ne. Oh, keine Auflager. So ein Fuck. Fuck, fuck, fuck. Komm, mach schon. Und dabei habe ich in der letzten Folge noch gesagt... ...diesmal machen wir es nicht so noobhaftig. Und dann reiße ich gleich in der ersten Folge die, äh... ...das Dorfzentrum wieder ab, ey. Oh, so ein Scheiß. Na gut, äh... Genau, diese... ...diesen Abschnitt werde ich mir freihalten. Da werde ich immer reinbauen, äh... ...was die... ...die Leute so brauchen für ihre Bedürfnisse. Dass die das dann immer schön... ...gleich in ihrer Nähe haben. Na, das wollte ich gerade wieder mit... ...W-A-S-D... ...steuern. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, ob man mit... ...das umstellen kann? Das kann man bestimmt umstellen, ne? Also wenn ich da irgendwie einfach nur in die Einstellung gehe und die Tasten neu belege... ...dann werde ich das wahrscheinlich machen können. Ähm... Ich sehe gerade... ...die haben zwar 100%, die aber noch nicht. Das heißt, hier müssten wir nochmal ausbauen. ...dass wir da noch ein bisschen mehr haben. Und dann müssten wir auch mit T langsam anfangen. Äh... ...aber vorerst machen wir diese Geschichte. Ich glaube, das ist ziemlich cool, ne? Zwei dahin... ...und zwei dahin... ...wobei, ja, die sind vier. Ähm... Ich fand das eigentlich richtig schick. Aber das und das geht ja nicht. Ich mach das lieber so und... ...so und so. Und der zweite kommt da hin und... ...kann einen da reinsetzen und einen da reinsetzen. Ich weiß nicht. Nicht schön, aber selten, ne? Ich habe ja auch das letzte Mal festgestellt, das kann ja auch irgendwie... ...also das Granulat kann ja auch irgendwann zu Ende sein. Genau, hier, das ist das nämlich. Okay. Da bin ich mal gespannt drauf, wie lange das dauern wird, bis das dann alles aufgebraucht ist. So, tun wir mal ein bisschen weiter hier hin. Wir können ja auch, ähm... ...Hafenmauern können wir noch nicht bauen. Das funktioniert noch nicht. Wie sieht das eigentlich mit Strom und Geld aus? Ja, alles nicht so besonders. Müssen wir mal ein paar Einwohnerchen mehr haben. Weil, äh, je mehr Einwohner wir haben, umso mehr Steuereinnahmen haben wir natürlich dann auch später wieder. Und, äh... Ich will mal kurz was gucken. Und dann läuft das natürlich alles schneller, ne? Ey, cool. Ich könnte hier fast komplett durchbauen. Drei noch nebeneinander. Das ist gut. Dann drei noch da nebeneinander. Dann könnte das hier nämlich so ein Kasten werden. Und dann kann man noch hier oben... Wie weit kann ich hier oben hin bauen? Ja. Ja, ich glaube, ich bin da auf dem richtigen Weg. Und wenn wir hier nämlich zwei rüber machen... Äh, dann gegebenenfalls müssen wir mal richtig abzählen, wie weit wir hier drüben hinkommen. Wobei, ich würde das hier so in einem Kasten halten, quasi, ne? Also, äh, ja, jetzt nicht irgendwie großartig ausfranzen. Mal gucken, wie das so wird. Ich weiß es selber noch nicht. Äh, vielleicht wird es gut. Vielleicht wird es nicht so gut. Mal schauen. So, was können wir jetzt mal noch machen? Wir können ja das, äh, Entdeckerschiff mal ein bisschen durch die Gegend jagen. Unser Kommandoschiff, unser Kriegsschiff. Äh, dass er mal ein bisschen neue Inseln entdeckt für uns. Und, äh, müssen wir gucken. Äh, wir können schon mal wieder ein paar Häuschen bauen. Immer schön neue, äh, Arbeiter sind das, ne? Genau, Arbeiter. Oh, ich tue schon was für euch. Ich bin ein guter, guter, äh, äh, weiß ich nicht. Ich bin fürsorglich. Ich kümmere mich um mein Volk. So, wir können auch Tee anbauen schon, aber das brauchen wir noch nicht so dringend. Ich will nämlich erst mal, äh, gerne mit den normalen Arbeitern ein bisschen vorankommen. Also, äh, vorankommen in dem Sinne. Ähm, die brauchen ja momentan nur Fisch. Und Fisch, dadurch, dass wir hier zwei, äh, Fischerhütten, Fischereien haben, äh, müsste das eigentlich, ja genau, es füllt sich. Da haben wir einen Stützpunkt entdeckt. Äh, jo. Moin, moin. Freut mich, dich kennenzulernen. Ähm, genau. Ich will jetzt erst mal gucken, dass wir ein bisschen Plus machen. Und dann auch wirklich mal schauen, dass wir, äh, die ganze Zeit beim Aufbauen, äh, dass wir da Plus, Minus, ähm, ja, nicht unbedingt Null bleiben. Aber, äh, nicht so viel Minus machen. Sagen wir es mal lieber so. Äh, das waren, zwar hatten wir zum Schluss des letzten Let's Plays, da wo dann auch die nächste Evolutionsstufe kam, äh, haben wir schon richtig gut Kohle gemacht dadurch. Auch richtig gut, äh, viel Steuereinnahmen gehabt. Aber, ähm, der Weg dahin war halt extrem holperig. Einerseits natürlich auch deswegen, weil ich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe. Und das war so diese Einstiegs, äh, Geschichte. Andererseits aber auch, ähm, ja, weil ich da nicht so drauf geachtet habe. So, wo stehe ich dich jetzt hin? Äh, ich fahre mal jetzt den äußersten Rand der Karte erstmal ab. Und dann so ein bisschen kreuz und quer und hier und da und mal schauen. Und ich habe wieder vier, ähm, Bauzellen über. Das heißt, ich kann hier wieder weiter ausbauen. Genau, die Aufstiegsrechte sind ja verwehrt, quasi. Äh, was? Warum hast du keine Gemeinschaft? Achso, keine Straße dran. Spiel gespeichert. Da war der Autosave. Zack. Genau, Straße können wir hier drüben auch schnell gleich mal ranziehen. So, zacki und zack. Oh, hier hinten wurde eine Insel gesichtet, das ist auch immer gut. Ah, eine Insel mit Obst, sehr schön. Und was ich auch das letzte Mal rausgefunden habe, was ich vorher auch noch nie wusste, aber auch noch nie so in Betracht gezogen habe, weil ich nie so weit gekommen bin in einem normalen Endlosspiel, äh, dass man ja halt, äh, wenn eine Mine oder ein, 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 ein Bodenschatz, ein Bodenrohstoff wie Kupfer oder sonst irgendwas verbraucht ist auf der Insel, dann kann man ja, äh, dann kann man ja rein theoretisch auch, kann man quasi diesen, diesen, äh, Bergbauplatz dennoch nutzen, um die restlichen, äh, Bodenschätze abzubauen. Das wusste ich auch noch nicht und, äh, ja, cool. Was ist das denn, beschädigter Atomreaktor? Äh, ja, der ist ein bisschen, der sieht ein bisschen eklig aus, aber hier auf dieser Insel gibt es ein Uranvorkommen. Ähm, klar, bei einem beschädigten, äh, Atomreaktor, äh, liegt, äh, gegebenenfalls etwas Uran rum. Hahaha. Ne, ich glaube, das hat aber allgemein was mit der Insel zu tun, ne? Wäre interessant, können wir wahrscheinlich mal abbauen, ich glaube, damit lässt sich gut Geld verdienen. Ähm, und da das dann auch nur eine Bergbaumine ist, ich weiß gar nicht, ab wann ich denn überhaupt Uran abbauen kann, ob ich das überhaupt abbauen kann mit den Ecos, oder ob die sagen, nee, Uran, das wollen wir nicht. Oh, ich kann wieder drei Hütten bauen. Zip, 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 drei Hütten, sage ich, Arbeiterwohnung. Oh, da Piratenschiff gesichtet. Aber kein, aber noch kein, äh, keine, äh, ne? Keine Auseinandersetzung mit dem Piratenschiff gehabt. Das ist ja ganz gut. Du siehst nicht so aus, als wolltest du der Barracuda League beitreten. Also was zur Hölle willst du dann hier? Ich glaube, ich verliere gerade mein Commander-Schiff, wenn das nicht ständig genug hier durchfährt. Ja, das könnte böse enden. Aber dann wissen wir schon mal, wo die Piraten sitzen. Ah, schade, dass ich da gleich die, die drei bis fünftausend, äh, Credits, äh, so verschenkt hab. Ah, vielleicht kommt er noch weg. Ah, sieht ganz gut aus. Was haben wir hier? Achso, das war ja die Insel mit dem Uranvorkommen. Ah, das ist schön. Die sitzen weit weg. Äh, das gefällt mir gut. Weil, dann könnte es nämlich, dann könnte ich mich hier oben vielleicht ein bisschen ausbreiten. Da müssen wir mal gucken, wie das so wird. Aber da würde ich auf, diesmal auf jeden Fall auch besser darauf achten, dass ich, äh, gleich von vornherein, ähm, dass ich gleich von vornherein, äh, mehr, mehr für den Schutz meiner Schiffe sorge. Und auch, ähm, die verfolgen ihn immer noch, ey. Warum? Die Frage ist natürlich, wo würden die den ganzen hin verfolgen, ne? Ah. Da haben wir wieder eine neue Insel entdeckt. Die ist aber schön grün. Ich weiß jetzt gar nicht, welche NPCs ich eigentlich alles eingestellt hab für den Anfang. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, warum ich die Piraten unbedingt jetzt mit eingestellt hab. Hast du nicht schon genug Ärger? Irgendwie eigentlich, äh, Schiff, was... Ah, okay. Aha. Also insofern mal ein, äh, etwas Einfluss hat, also Einflusspunkte hat, äh, bei Hector. So, äh, kann man natürlich auch solche Geschichten hier, äh, machen. Warnung! Fahrzeug unter Beschuss! Oh nein! Da haben sie es echt geschafft, hinter ihn herzukommen. Dann machen wir das doch mal. Äh, dauert 30... Ja, mach mal. Verdient hast du es nicht, aber die Barracuda League ist einverstanden. Schön. Jetzt müsste mein Schiff eigentlich in Sicherheit sein, ne? Hallo. Lass mein Schiff in Ruhe. Was ist, wenn er es jetzt abschießt? Aber wahrscheinlich gilt das nicht für Schiffe, die, äh, schon im Angriff waren, ne? Schade. Hätte ja mal klappen können, ne? Sofern er sich daran hält. Dieser Sektor ist Barracuda-Gebiet. Kommando-Ship fertiggestellt. Na, danke. Initiiere Steuerungsroutinen. Gut, dann bleiben wir erstmal auf der eigenen Insel. Und machen hier noch ein bisschen weiter und schauen mal. Ich will nochmal schnell ein paar Häuschen aufbauen. Und dann haben wir es eigentlich auch geschafft, dass wir deutlich Plus haben. Dann können wir uns jetzt mal der Tee-Produktion quasi widmen. Aber, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.